Und hier wie angekündigt, das neue Objekt, der schwere Panzerschwellwagen 8-Rad von Tamir im Maßstab 1 zu 35. Der Assistent studiert schon mal die Bauanleitung und wir schauen mal nach, was da so alles drin ist. Grundfarbe ist braun, das sieht schon mal sehr gut aus, das erspart Arbeit bei der Bemalung. Und wie immer bei Tavia, alles sehr detailliert und ausführlich verarbeitet. Das wird wieder eine Menge Spaß geben, inklusive eine Standfigur plus die Fahrerfigur. Mit Kanonenrohr aus Metall und weiteren Metallteilen zum Bearbeiten plus einem Plan für die weitere farbliche Bemalung und Aufklebern. Baufortschritte werden weiterhin von Bernie Freund veröffentlicht. Bis dennne! Baufortschritte Baufortschritte